Was gibt es bei der dritten Vorlesung? Und zunächst mal im größeren Rahmen diskutiert. Gibt es irgendwas Neues zu dem Thema, von dem heute Abend die Rede sein wird, nämlich der Entstehung des Lebens? Da kann ich nur sagen, es gibt ständig da irgendwas Neues, ständig wird irgendwas gefordert, ständig gibt es irgendwelche neuen Informationen. Wie es denn nun gewesen sein könnte? Ich habe ja das letzte Mal schon darauf hingewiesen. Das Problem ist, es war keiner dabei. Das heißt, wir können alles Mögliche behaupten, wie es damals gewesen sein könnte. Es gibt einige Indizien, aber es gibt vor allen Dingen jede Menge neue Informationen. Und ich hoffe Ihnen im Rahmen dieser Vorlesung heute vielleicht tatsächlich das ein oder andere Neue erklären zu können. Es wird ausdrücklich nicht, ich habe mir das alles mal so aufgeschrieben, wo ich überhaupt hin will, weil es ist so viel. Also wissen Sie, wenn man ein kosmologisches Modell macht, habe ich das letzte Mal schon gesagt, ist alles wunderbar. Fängt man vorne an und dann rollt das so ab. Prima. Selbst beim interstellaren Medium unserer Milchstraße, da wird es dann schon ein bisschen breiter, weil gleichzeitig so viel passiert, dass man gucken muss, Moment, der eine Ball, den wirft man dann hoch, dann muss man mit den anderen 17 Bällen noch, aber der eine, der ist dann schon so weit oben, dass er nicht wieder runterfällt. Man muss also ziemlich viel Akrobatik machen, Wortakrobatik auch. Und jetzt bei dem Thema Leben, dann wird es noch viel schlimmer, weil die Frage ist natürlich tatsächlich schon mal, was ist überhaupt Leben und so weiter. Kennen alle diesen blöden Witz, was ist Leben? Da gibt es ja katholischer Priester, evangelischer Pfarrer und Rabbi streiten sich über diese Frage und für den katholischen Priester ist es sofort klar, das Leben beginnt im Moment der Zeugung. Der evangelische Pfarrer meint, naja, so 14 Tage, drei Wochen danach, wenn sich das einigermaßen so zusammengestellt hat und der Rabbi lehnt sich zurück und schmunzelt, das Leben, meine Freunde, das beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot ist. Das ist einfach eine ganz andere Sichtweise, weil man eben dann auch wissen, ich habe natürlich, was heißt natürlich, ich habe natürlich einen meiner Lieblingsautoren mitgebracht, der wieder in dem wunderbaren Roman die Bekenntnisse des Hochstaples Felix Groll, ja unter anderem diese wunderbare Szene hat, wo Professor Kuckuck dem Felix dann aber als Baron de Venostan die Welt erklärt, man kann sich ja so richtig, stellen Sie sich das vor, also in einem wunderschönen Speisewagen von Paris nach Lissabon fahrend, ganz hervorragend in dem wunderbaren Film mit Paul Dahlke als Professor Kuckuck und Horst Buchholz als Felix Groll, ein Hammer, ja und Felix trinkt ununterbrochen Kaffee, das ist völlig außer sich und der Dahlke erzählt ihm, also Professor Kuckuck erklärt ihm unter anderem Folgendes. Während die Erde, so hatte ich den Vorzug zu hören, sich um ihre Sonne tummele, tummelten sie und ihr Mond sich umeinander herum, wobei unser ganzes örtliches Sonnensystem sich im Rahmen einer etwas weiteren, immer noch sehr örtlichen Sternenzusammengehörigkeit Bewegung mache, und zwar keine säumige, nicht ohne, dass dieses Bezugssystem wieder mit krasser Geschwindigkeit sich innerhalb der Milchstraße tummele, diese aber, unsere Milchstraße, in Bezug auf ihre entfernten Schwestern mit ebenfalls unausdenkbarer Schnelle dahintreibe, wo doch zudem allen diese fernsten materiellen Seinskomplexe so hurtig, dass der Flug eines Granatsplitters verglichen mit ihrer Fahrt nichts weiter als Stillstand sei, nach allen Richtungen auseinanderstöben ins Nichts, wo hinein sie im Sturme Raum trügen und Zeit. Dies ineinander und umeinander kreisen und wirbeln, dieses sich Ballen von Nebeln zu Körpern, dies Brennen, Flammen, Erkalten, Zerplatzen, Zerstäuben, Stürzen und Jagen, erzeugt aus dem Nichts und das Nichts erweckend, das vielleicht besser, lieber vielleicht im Schlaf geblieben und auf seinen Schlaf wieder warte, es sei das Sein auch Natur genannt und es sei eines überall und in allem. Ich möge nicht zweifeln, dass alles Sein, dass die Natur eine geschlossene Einheit bilde, vom einfachsten leblosen Stoff bis zum lebendigsten Leben, zur Frau mit dem vollschlanken Arm und zur Hermesgestalt. Unser Menschenhirn, unser Leib und Gebein, Mosaiken seien sie, derselben Elementarteilchen, aus denen Sterne und Sternstaub die dunklen getriebenen Dunstwolken des interstellaren Raums beständen. Das Leben, hervorgerufen aus dem Sein, wie dieses einst aus dem Nichts, das Leben, diese Blüte des Seins, er habe alle Grundstoffe mit der unbelebten Natur gemein. Nicht einen einzigen habe es aufzuweisen, der nur ihm gehöre. Man könne nicht sagen, dass es sich unzweideutig gegen das bloße Sein, das Unbelebte absetze. Die Grenze zwischen dem Leben und dem Unbelebten sei fließend. So, wisst ihr Bescheid, ne? Das ist das große Problem, um das es heute Abend gehen wird. Wie um alles in der Welt kommt jetzt nicht der Geist in die Flasche, sondern wie kommt das Leben in die Materie? Wie kann es sein, dass, ich meine, auf die Spitze getrieben, wie kann es sein, dass Quarks anfangen zu denken? Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, als das Universum damals entstand, also heute auf den Tag genau vor 13,7 Milliarden Jahren, wurden ja alle Teilchen gemacht, die in diesem Universum irgendwie mal ihr Unwesen treiben werden. Unweisen, also die waren nicht weise, die Teilchen. Unter anderem eben auch die Quarks, aus denen wir bestehen. Wir bestehen aus Up- und Down-Quarks, das sind diejenigen Teilchen, die die Nukleonen aufbauen, also Protonen und Neutronen, und auch noch Elektronen. Der Rest, den ganzen Rest der Elementarteilchenphysik, ist für uns relativ unerheblich. Wir bestehen aus diesem Material. Und wenn man sich wirklich mal die Frage stellt, was für ein Unterschied besteht eigentlich zum Beispiel in einem Brikett aus, ich weiß nicht wie viel Kohlenstoffatomen, und einer Pflanze, die aus genauso vielen Kohlenstoffatomen besteht. Man weiß es genau, den Brikett, den kannst du zerschlagen und so weiter, die Pflanze kannst du natürlich auch zerhacken, aber die Pflanze wird, wenn man sie von alleine, wenn man sie schön begießt und mit Nährstoffen versorgt, dann wird aus dieser Pflanze möglicherweise mehr werden. Sie wird sich ausbreiten in der Welt. Bei dem Brikett, da können Sie noch so viel Wasser draufkippen und können auch noch besprechen, so Warzenbesprechungen und sowas machen. Können Sie sicher sein, da wird überhaupt nie was passieren. Es gibt also eine massiv passive Form von Materie, nämlich die unbelebte, und es gibt eine unglaublich aktive Form von Materie, nämlich die belebte. Und diese belebte Materie hat auf unserem Planeten eben nicht nur einfach ihr Leben gelebt, sondern sie hat zugleich den Planeten Erde unglaublich verwandelt. So wie er heute aussieht, so sah er sicher nicht aus, als das Leben auf der Erde entstand. Und alles, was wir heute wissen über die Urphase des Universums, hätte ich fast gesagt, des Sonnensystems, und seinen Bestandteilen, nämlich den Planeten, deutet darauf hin, dass genau diese Bedingungen, von denen gleich noch die Rede sein wird, sogar die Voraussetzung dafür waren, dass überhaupt Leben entsteht. Heute kann kein Leben mehr entstehen, kein neues mehr. Denn wir leben in einer Atmosphäre, die viel zu giftig ist für die Lebewesen, die vor 4,56 Milliarden Jahren, das ist vielleicht ein bisschen zu früh, 4 Milliarden Jahren entstanden sind. Also fangen wir nochmal ganz langsam von vorne an. Also als die Planeten entstanden, namentlich die Felsenplaneten, da war es so, diese Felsenplaneten sind eben nicht dadurch entstanden, dass sie Gas angesammelt haben, dann wären sie Gasplaneten geworden, Sie wissen alle, Saturn und Jupiter, sondern diese Felsenplaneten sind dadurch entstanden, dass Brocken aufeinander gedonnert sind, und dabei wurde so viel Bewegungsenergie freigesetzt, dass diese Brocken anfingen, sich aufzuschmelzen, und deswegen wuchsen sie ganz langsam, aber sicher zu immer größeren und größeren, rotglühenden Brocken an. Und wir wollen ja heute nur über einen Planeten sprechen, dessen Name hier in unserem Sprachgebrauch Erde heißt. Das ist unser Planet, Erde. Und um ihn wird es gehen, welche Voraussetzungen muss ein Planet also haben, damit auf ihm Leben entsteht. Übrigens, das ist auch dann zugleich ein Beispiel für einen lebendigen Planeten im Kosmos, und damit können wir natürlich die wissenschaftliche Diskussion nach den anderen Planeten, die möglicherweise verlebt sind, genauso führen. Unser Planet, so angenommen, sei der kosmische Durchschnitt. Also der Otto-Normalverbraucher im Universum, und dann könnten wir von unserem Planeten lernen, was alles notwendig ist, damit es überhaupt zu Leben kommt. Zum Beispiel hat unser Planet einen Mond. Nun, über den werden wir auch gleich noch was hören. Das ist übrigens eine großartige Geschichte, wie der entstanden ist, vor allen Dingen, was es Neues gibt. Machen wir das gleich. Also, die Erde war da, kann man sich richtig vorstellen, ein rotglühender Felsball, übrigens ohne Wasser. Kein H2O am Anfang, denn, das ist ein irres Paradoxon, da, wo ein Stern einer, ach so, will ich nur mal ganz kurz für diejenigen, die das letzte Mal nicht da waren, oder es wieder verdrängt haben, Sie wissen schon, es gibt ja verschiedene Sorten von Sternen, es gibt die kleinen Sterne, die waren da, genau, da waren die kleinen roten, hier waren die großen blauen, die waren wahnsinnig heiß, die waren relativ kühl in der Mitte, na klar, die Sonne. Wie immer, mit einer, wie gesagt, einer Sonnenmasse, und diese Sterne haben nun um sich herum eine sogenannte habitable, das heißt bewohnbare Zone, das ist die Zone, in der Wasser unter normalen Bedingungen, also einigermaßen normalen, atmosphärischen Bedingungen, flüssig ist. Ist man zu weit von so einem Stern weg, ist es gefroren, ist man zu nah dran, ist das Wasser in der Dampfphase. Geht also nicht, das ist alles für das Leben nicht so besonders gut. Also, wir wollen einen Planeten haben in der habitablen Zone, das heißt, wir wollen ihn zunächst mal machen. Jetzt kommt's. Wenn man einen Planeten in der habitablen Zone um einen G-Stern herum macht, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, G, das ist unser Stern hier, die Sonne, ist ein G-Stern, ein guter Stern. Die Astronomen haben also so O- und B-Sterne, O-B-A-F-G-K-M-N-R-S, das heißt, das kürzt man ab, typischerweise im Astronomieunterricht lernt man sofort, O-B-A-F-I-N-Girl, kiss me right now, smash. Schmatz heißt das, also gut. Also, die G-Sterne sind die guten Sterne, und es kann man sich vorstellen, je leuchtschwächer ein Stern ist, umso näher ist die habitable Zone an ihm dran. Und das kann Probleme geben, werden wir gleich noch sehen, aber wir wollen hier nur erstmal über unseren Stern reden. Wenn man also um die Sonne herum einen Planeten in der habitablen Zone macht, nur macht, erstmal aufbaut, stellt man fest, ups, da ist es so heiß in dieser brutto-solaren Scheibe, da kann es überhaupt kein flüssiges Wasser geben in dem Moment. Da ist schlecht. Es gibt eine sogenannte Snowline um einen Stern herum, ab der Wasser in gefrorener Form vorliegt. Man muss also das Eis irgendwie dann später ins Innere des Systems bringen, um dann die Planeten dort, die in der bewohnbaren Zone sind, mit Wasser zu beladen. Und also, die Sonne ist trocken entstanden und hat später ihr Wasser bekommen. Von wem? Kann ich Ihnen ja gleich sagen, das sind Brocken gewesen aus der Gegend zwischen Mars und Jupiter. Woher weiß man das? Kernphysik. Das war klar. Immer wenn der eine Frage beantworten soll, kommt der wieder Quantenmechanik. Ist klar. Also, machen wir es kurz. Bei der Analyse des Wassers gibt es zwei verschiedene Wasserstoffisotope. Ein Isotop ist das gleiche chemische Element, aber mit einer unterschiedlichen Menge von Neutronen im Atomkern. Normaler Wasserstoff hat einen Proton und dann gibt es einen Isotop, das heißt Deuterium. Das hat einen Neutron und einen Proton im Kern. Und nun kann man aus der Deuterium-Häufigkeit, übrigens Deuterium ist in den ersten drei Minuten im Universum entstanden, aber das ist wirklich primordial, wie es so schön heißt. Das ist eines der ursprünglichsten. Das Deuterium wird, also wenn es nicht kaputt gemacht wird in Sternen, dann ist es auf jeden Fall, haben Sie was, wenn Sie mal ein Deuterium-Atom treffen, dann wissen Sie, das ist, Mensch, das ist richtig alt, also richtig uraltes Material. Und aus dem Deuterium-zu-Wasserstoff-Verhältnis im Wasser weiß man, woher das Wasser auf der Erde kommt. Denn man kann Wasser, findet man auf allen möglichen Meteoriten, auf allen möglichen Kometen und tatsächlich auch in Spuren auf den Planeten in unserem Sonnensystem, und man kann überall das Deuterium-zu-Wasserstoff-Verhältnis bestimmen, und zwar aus dem Spektrum der Wasserstoffatome. Ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber ich kann Ihnen das mal sagen, nur mal so unter uns, wenn es interessiert, das Neutron in dem Deuterium-Atomkern, also in dem Wasserstoffkern, wo ein Neutron noch zu dem Proton drin ist, Sie wissen ja, Neutronen sind ja elektrisch neutral, das Neutron ist ein bisschen schwerer als das Proton. Da können Sie sich aber vorstellen, dass der Atomkern von dem Deuterium ist ja viel schwerer als der Atomkern von dem Wasserstoff. Und das führt im Übrigen dazu, dass Deuterium ein etwas anderes Spektrum hat, also dieses Strahlungsspektrum ist ein bisschen anders, und deswegen kann man das ziemlich gut beobachten, und so schlussendlich kommt raus, das Wasser auf der Erde, wo habe ich es, hier, das Wasser auf der Erde kommt von den sogenannten kolischen Chondritten, von denen war schon die Rede, beim letzten Mal den Carbonaceous Chondrites, die haben nämlich exakt das gleiche Isotopenverhältnis wie das Wasser auf der Erde. Cheers. Vierter Einschlag. Das heißt also, also hier ist übrigens auch Deuterium drin, kriegt man nur nicht so einfach mit, das heißt, wir wissen inzwischen, ein bewohnbarer Planet, wenn er Wasser braucht für Leben, werden wir noch sehen, für was man das brauchen könnte, der muss das Wasser von außen bekommen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Nun, was noch dazu gehört ist, als die Erde dann entstanden ist und sie völlig trocken war, dann später das Wasser bekommen hat, das heißt, wir haben jetzt das Wasser, gut, jawohl, das ist jetzt durch, das ist so schön mit einer Tafel. Das kann man mit PowerPoint, kann man es nicht so schön machen. Man sieht einfach, aha, jetzt hat er das und dann eine völlig ruhige Sachlage. Die Erde hat das Wasser und sie hat das von außen bekommen. Sie können sich natürlich vorstellen, dass es ein ziemlich zufälliger Prozess gewesen ist. Das sehen wir auch im Sonnensystem. Die Venus zum Beispiel ist quasi so schwer wie die Erde, das ist ein bisschen näher an der Sonne dran, aber von Wasser ist da nichts zu sehen, gar nichts. Der Mars hatte vielleicht mal welches, ist aber inkontinent, konnte es nicht halten, ist einfach weg und wenn heute noch was da ist, dann ist es gefroren und nur mit hoher Salzkonzentration kann es heute noch über die Oberfläche strömen, kann man nicht sagen, das brutzelt da so raus und dann ist es dann gleich wieder versickert. Aber wir haben Wasser und wir verdanken es offenbar verschiedenen Eigenschaften unseres Planeten, vor allen Dingen seiner Masse. Er ist der schwerste Felsenplanet, die Erde ist der schwerste und er hat eben tatsächlich von diesen kohligen, kondritten Wasser bekommen. Der Mond ist sicherlich, das haben wir das letzte Mal schon gehabt, nur noch mal ganz kurz, sicherlich entstanden durch den Einschlag eines Impaktors auf die Ur-Erde, der war ungefähr 20% der Erdmasse, also doppelt so schwer wie der Mars, aber dieser Impaktor, wie wir inzwischen wissen, hatte noch einen, nein, nachdem der Mond entstanden ist, nach dem Impaktoreinschlag, hatte dieser Mond, der sich dort in der Scheibe bildete, noch einen weiteren Mond, der den Mond umkreiste und zwar streifend. Streifend schlug der kleinere Mond auf den großen Mond ein und erzeugte auf diese Art und Weise die Rückseite des Mondes, die so völlig anders aussieht als die Vorderseite. Übrigens, der Impaktor muss fast die gleiche Zusammensetzung gehabt haben wie die Erde, ansonsten wäre das Mondgestein nicht so ähnlich wie das Erdmantelgestein, nur ohne flüchtige Elemente. Das heißt, wahrscheinlich war die Erde und der Impaktor ebenfalls ein Planetendoppelsystem, also man könnte auch sagen ein Doppelplanet, noch besser, und die beiden haben sich also derartig stark beeinflussen, der Impaktor ist zerrieben worden, dabei ist der Mond entstanden, aber der Mond ist nicht allein entstanden, sondern da gab es noch einen kleinen Beimmond, der ist dann auch zerrieben worden. Es muss also ziemlich was los gewesen sein und die Gezeitenkraft des Mondes hatte natürlich seine Auswirkungen auf zum Beispiel die Wassermassen der Erde. Wie ist das Wasser nun dahin gekommen? Man kann sich leicht vorstellen, wenn also diese Brocken mit der Geschwindigkeit von sagen wir mal 10 Kilometer pro Sekunde und das ist so eine typische Geschwindigkeit, warum? Weil man für 11,2 Kilometer oder 11,4 Kilometer pro Sekunde, wenn man die Geschwindigkeit hier unten erreicht, kann man das schwere Feld der Erde verlassen. Also kann man erwarten, dass ein Körper, der hier reinkommt, ungefähr diese Geschwindigkeit hat. Sagen wir mal 10 Kilometer pro Sekunde, wenn jetzt so ein Brocken auf die Erde einschlägt, selbst wenn er Wasser hat, was wird mit dem Wasser sein? Es wird natürlich eine Dampfphase sein. So und jetzt kommt es darauf an, wie hält der Planet überhaupt Dampf fest durch seine Masse? Wäre der Planet Erde also nicht schwer genug gewesen, wäre der Wasserdampf gar nicht in seiner Atmosphäre geblieben? Apropos Atmosphäre, wunderbar, Sie sehen schon, es wird viel von Ihnen verlangt werden heute Abend. Das, was wir jetzt machen, ist nur das Vorspiel. Das ist noch, ja ja, tut mir leid. Also was für eine Atmosphäre hat die Erde gehabt in ihrer Ursprungsform? Also Wasser haben wir schon. Kleine Frage in die Runde, wunderschön, kleine Frage in die Runde. Wasserdampf, ist das ein Treibhausgas? Gut. Also, die eine Stimme reicht mir. Nenne mir einen und so weiter, die Geschichte da, ja ja, einer reicht, gut. Also Wasserdampf ist ein Treibhausgas. Gut. Was passiert, wenn also Brocken zusammenstoßen, was für Gase können noch rauskommen? Kann man sich leicht überlegen, na ja, Kohlendioxid ist typisch, weil man findet sowas zum Beispiel auch in den großen Wolken im interstellaren Medium, übrigens auch Wasser, findet man in den großen Wolken im interstellaren Medium. Da kommt es nämlich her, letztlich. Es ist also nicht auf unserem Planeten entstanden, ist auch nicht auf diesen kohlischen Chondritten entstanden, sondern es ist in den großen Gaswolken im interstellaren Medium entstanden. Tatsächlich. Ja, also wir haben Kohlendioxid, Wasser, Kohlendioxid und Wasser sind schon mal wunderbare Treibhausgase und dann Methan. Methan, prima, ist 17 mal stärker in seiner Treibhauswirkung als Kohlendioxid und in dieser ersten Phase hat tatsächlich, und das ist momentan die sogenannte Standard-Folklore, wir haben also eine Atmosphäre, die besteht aus CO2, Methan und Wasser. Diese Stoffe machen etwas, einen massiven Treibhauseffekt. Warum ist das so wichtig? Ja, meine Damen und Herren, Sie müssen sich Folgendes überlegen, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, jetzt werde ich es Ihnen gleich erzählen. Die Sonne war in ihrer Anfangszeit noch nicht so leuchtstark wie heute. Es gibt in dieser ganzen Geschichte der Entwicklung des Planeten bis hin zum Leben gibt es einige merkwürdige Paradoxien, wo man, wenn man sich so lang genug damit beschäftigt, dann hat man so das Gefühl, das muss erst durch einen Flaschenhals, dann muss es durch den nächsten Flaschenhals, dann muss es durch den nächsten Flaschenhals. Ich habe das mal damit verglichen, dass offenbar damit auf einem Planeten mal irgendjemand so einen Vortrag halten kann, wie ich heute Abend, eine Rasierklinge auf einer anderen stehen muss und oben da sitzen wir alle drauf und wir dürfen nicht mit dem Hintern wackeln, also bloß nicht. Das sind also Merkwürdigkeiten, die da sich abspielen, eben jetzt unter anderem dieses Paradoxon, dass die Ursonne in ihrer ersten, sagen wir mal, in den ersten 500 Millionen Jahren deutlich leuchtschwächer war als heute. Woher wissen wir das? Naja, wir gucken einfach andere Sterne an, andere G-Sterne, Sie wissen das schon, G war der gute Stern. Wir gucken keine M-Zwerge an oder O-Riesen, sondern wir gucken G-Sterne an. Schöne, gelb-grüne, also jetzt nicht gelb von Neide, sondern gelbe Sterne und schauen uns an, wie ist deren Entwicklung. Und wir wissen etwas über die Entwicklung dieser Sterne, wissen also, die sind in ihrer frühen Phase viel leuchtschwächer als heute. So, jetzt kommen Sie. Wie kriegen wir den Planeten, obwohl der Stern viel weniger strahlt als heute, also viel weniger Energie pro Quadratmeter abgibt als heute, wie kriegen wir den Planeten davor bewahrt, dass er vereist, global vereist. Denn Eis ist weiß und weiß ist schlecht. Weil weißes Eis reflektiert dann alles, was da von draußen kommt, einfach wieder zurück. Das wäre eine Katastrophe. Das kann man auch wunderschön modellieren. Man kann sich also angucken, wie wäre so ein Planet aussehen, wenn man also, sagen wir mal, bei 75 oder 60 Prozent der heutigen Leuchtkraft, der Planet Erde wäre komplett vergletschert. Und das wäre eine Katastrophe gewesen, weil es hätte Milliarden Jahre gedauert, bis dieses Gletschereis, so hieß es ja früher, eine interessante Bonbonsorte, bis dieses Gletschereis dann wieder aufgetaut worden wäre. Und von der Lebensentwicklung, die wir ja seit vier Milliarden Jahren beobachten können, wäre keine Rede gewesen. Hier hilft uns dieser massive Treibhauseffekt, dass nämlich diese Gase einen Treibhauseffekt verursacht haben, der tatsächlich die Ur-Erde in der damaligen Phase, also ungefähr 200 Millionen Jahre, nachdem sie geboren war, davor bewahrt hat, zu vergletschern. Das war eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, dass also durch Vulkanismus und durch die Ausgasungsprozesse insgesamt des Planeten es eben nicht nur dazu kam, dass Kohlendioxid da war, sondern auch jede Menge Methan. Und es haben sich also alle möglichen netten Kohlenwasserstoffverbindungen da oben in der Atmosphäre so zusammengebaut. Da gab es auch Dreck und Stäubchen und alles wunderbar. Der Planet wurde davor bewahrt, sich komplett mit einem Eismantel zu bedecken. Aber wir müssen irgendwie da rauskommen. Denn wenn wir jetzt nicht den Treibhauseffekt irgendwie abschalten, dann kommen wir in Teufelsküche. Woher wissen wir das? Wir schauen uns einfach die Lady an, die im Innern des Sonnensystems um die Sonne herumkreist, um die Venus. Die wissen ja, die Venus war ja lange Zeit, also bis Anfang der 60er Jahre wurde ja sonst was. Also da drüber nachgedacht, Venusianer, Venusianerin, der Planet der Liebe, man kann sich das schon vorstellen. Man dachte so an so Situationen wie bei uns so im Jura oder in der Kreidezeit, also vor 65 oder 100 Millionen Jahren. Da dachte man so, naja, da wären so riesige Schachtelhalme und so weiter und die Leutchen sind da zugange und machen da alles und alles unter einem völlig undurchdringlichen Wolken, einer sehr, sehr undurchdringlichen Atmosphäre und dann kam der Russe und hat die Sache geregelt. Eine russische Sonde hat dann zum ersten Mal gemessen, was da oben los ist. Nur Kohlendioxid in der Atmosphäre, bisschen Schwefelsäure, 450 Grad Celsius Oberflächentemperatur, 90 Atmosphären Druck, nach drei Minuten war die russische Technologie dahin. Da wusste man schon, oh Mann, wenn die das nicht aushalten, dann ist aber wirklich Essig. Denn normalerweise hält russische Technologie alles Mögliche aus. Auch weitere Sonden haben dann relativ schnell die Grätsche gemacht, immer wenn die auf der Venus sogar weich gelandet sind, nach wenigen Minuten war alles vorbei, ist auch kein Wunder bei dem Druck alleine. Also, warum ist das also so? Warum erlebt ihr auf der Venus einen galoppierenden Treibhauseffekt? Die Venus hat praktisch eine Gleichgewichtstemperatur erreicht. Das heißt, die Strahlung, die sichtbare Strahlung der Sonne kommt rein, heizt die Oberfläche aus, die Infrarot auf, nicht aus, auf, die Infrarotstrahlung der Venus heizt die Atmosphäre auf. Warum? Weil Kohlendioxid eben so ein massives Treibhausgas ist und dann erreicht das ganze System eine Gleichgewichtstemperatur. Unsere Gleichgewichtstemperatur hier auf der Erde wäre mit einem solchen massiven Treibhauseffekt in der Gegend von 250 Grad Celsius. Naja, dann Prost. Sie sagen es. Ist aber nicht passiert. Warum ist es nicht passiert? Weil es anfing zu regnen. Das Wasser als offenbar die Oberfläche der Erde sich hinreichend genügend abgekühlt hat, fing es an zu regnen. Und dieser Regen hat dazu geführt, dass große Mengen von Kohlendioxid ausgewaschen worden sind. Das heißt, der Treibhauseffekt ließ insgesamt nach und dadurch, und das übrigens zu einer Zeit, als die Leuchtkraft der Sonne anzog. Also diese Balance ist wirklich irre. Also am Anfang war es so, man brauchte den Treibhauseffekt, damit die Erde nicht vergletschert, weil die Sonne so mickrig war. Aber die Sonne hat ja in der Zwischenzeit eben schön ordentlich Wasserstoff zu Helm verschmolzen, wurde also immer leuchtkräftiger und leuchtkräftiger, wurde immer heller und heller. Und jetzt im richtigen Moment da, wo es auf der Erde anfängt zu gießen, man kann das wunderbar ausrechnen, zum Beispiel kann man dann sagen, also bei den Wassermengen, die wir auf der Erde haben, das sind so 40.000 Jahre, jeden Tag pro Stunde auf dem Quadratmeter 100.200 Liter. Das ist dann richtig, da hat es geschüttet. Und deswegen, bei dem Wetter schickt man ja keinen Hund vor die Tür, deswegen war auch niemand dabei, als das Leben entstanden ist. Ist klar, ja. Also es muss geschüttet haben, wie aus Eimern, und zwar wahrscheinlich länger als 40.000 Jahre, nicht so viel. Aber man kann das vergleichen mit dem, was zum Beispiel beim stärksten jemals gemessenen Monsunregen passiert und das ist dann eben 10 oder 15 Mal mehr als bei diesem stärksten Monsunregen, das über 40.000 Jahre und dann war das Wasser da. Das heißt also, aus diesem glühenden Feuerball, der hat sich zunächst einmal die Kruste, die Kruste erstarrte, im Inneren war nach wie vor und ist ja auch heute noch, jede Menge Aktivität. Diese Aktivität wird uns nachher noch beschäftigen, bei den Schichten, die wir heute mit gewissen Erdzeitaltern verbinden. Diese Aktivität hat dann auch immer dazu geführt, da ständig ozeanische Kruste entstand, aber auch die ersten kontinentalen Blöcke zusammenstießen, da kommen wir alles noch dazu. Nein, sondern wir haben es jetzt also damit zu tun, dass wir eine sich entwickelnde Atmosphäre haben, auf einem Planeten mit hinreichend viel, oh, das können wir schon mal hinschreiben, Vulkanismus, unter dem Einfluss einer gerade sich immer stärker werdenden Sonne und eines Begleiters, der eben Ebbe und Flut erzeugt. So, was brauchen wir jetzt noch? Nun, wir haben es ja mit einem Planeten zu tun, der um einen Stern herumkreist, der schon zur dritten, möglicherweise vierten Generation gehört. Das heißt, wir haben ja alles da. Wir haben alle möglichen Elemente da, die wir brauchen. Wir haben vor allen Dingen ein Element da, obwohl es nicht besonders häufig ist. Es ist nicht so häufig, wie man denkt. Also nur weil alles Leben aus Kohlenstoff, Wasserstoffmolekülen besteht, soll man nicht glauben, dass Kohlenstoff ein besonders häufiges Element auf unserem Planeten ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also wenn man sich das mal so überlegt, man könnte ja, es gibt ja so Leute, die machen das, man könnte sich ja überlegen, vielleicht kann ja Leben ganz anders. Könnte ja zum Beispiel, gibt es ja in der Kohlenstoffgruppe gibt es ja noch Silizium. Könnte Leben, könnte ja auch Silizium bestehen. Also Silizium ist auf unserem Planeten viel, viel häufiger als Kohlenstoff. Jetzt macht aber Silizium Kettenmoleküle nur bei relativ geringen Temperaturen. Bei geringen Temperaturen, das wissen wir alle aus unserer Kühltruhe, ist die Chemie sehr langsam. Jetzt kann man zum Beispiel solche Spielchen machen, man nehme einen Laterallappen vom Kohlenstoffmännchen und schaue sich dessen hormonellen Reaktionen an, wenn er auf der anderen Seite der Straße ein Kohlenstoffweibchen sieht und denkt, boah, nur das. Also das alles, übrigens dieses boah, ist tatsächlich mit einer Reihe von hormonellen Reaktionen hier verbunden. Nicht sonst wo, nur hier. Also wir arbeiten hier ganz jugendfrei nur bis hier. Das kann man dann umrechnen in eine Siliziumchemie und kann sich fragen, nehmen wir an, es gäbe also Siliziumkettenmoleküle, bei welcher Temperatur entstehen die nur, das sind so minus 170, minus 180 Grad. Das ist halt wirklich sehr kalt, das heißt, man kann sich vorstellen, die Chemie ist dann wirklich sehr langsam. Und man kann das schön ausrechnen, ich habe das mal so formuliert, Sex zwischen einem Siliziummännchen und Siliziumweibchen würde länger dauern, als das Universum alt ist. Aber was für ein Vorspiel, ja, ist klar. Also, das heißt, man kann aus den Eigenschaften der Elemente nachschauen, was ist besonders günstig für Leben und was ist weniger günstig. Also, Kohlenstoff ist auf dem Planeten zwar da, ist aber ein relativ, ist jetzt nicht unbedingt, gehört nicht unbedingt zu den häufigsten Elementen auf unserem Planeten. Aber was wir haben, ist Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, jede Menge. Wir bestehen ja vor allen Dingen, Sauerstoff ist sicherlich das wichtigste Element für uns, aber bis jetzt ist es alles noch gar nicht da. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, unsere Atmosphäre heute, selbst hier in diesem Raum, jetzt noch, auch selbst nachher, wenn der Vortrag rum ist, selbst wenn die Luft noch so dick ist, besteht aus Stickstoff, Wasserdampf, wenig, immer mehr Kohlendioxid, zugegeben, ganz wenig Methan und Sauerstoff. Aber damals bestand es offenbar nur aus diesen Treibhausgasen. Woher kommt der Sauerstoff? Werden wir noch dazu kommen? Am Anfang war er nicht so. Wir haben am Anfang, am Anfang war die Atmosphäre tatsächlich ganz anders als heute. Es war eine ziemlich undurchsichtliche Geschichte, praktisch so wie die Venus. Und sie war vor allen Dingen, war der Planet eben neben den inneren Energiequellen, den er hatte, nämlich den Vulkanismus, ausgelöst durch radioaktiven Zerfall und durch etliche andere Prozesse, die dazu gefügt haben, dass das Material, das müssen wir jetzt übrigens schon mal an der Stelle, muss ich das jetzt mal dramatisch aufbauen, wenn ich nachher über die Plattentektonik rede, dann bin ich immer hier, hier auf dieser Seite. Und ich kann jetzt natürlich nicht eine Kugel so als Projektion jetzt Ihnen hier so hinmalen, Sie müssen das alles mitmachen, also dann müssen Sie alle mitarbeiten. Hier bin ich also, hier ist die Erde vor mir, also so ein Schnitt durch die Erde und Sie müssen sich vorstellen, die Erdkruste ist, meine Güte, sind wir großzügig, 15 bis 30 Kilometer dick und sie hat also, und das ist so gut wie nichts. Also angesichts eines Erddurchmessers von 12.000 Kilometern sind, sagen wir mal, 12 Kilometer, es ist wirklich gar nichts. Es ist überhaupt nichts. Es ist wirklich sehr dürftig. Aber da unten drunter, da hätte ich fast gesagt, geht der Punk ab. Alle, die den Film, diesen schlechten Science-Fiction-Film The Core gesehen haben, wissen, was da los ist angeblich, ist alles Quatsch. Also da unten das Zeug, bewegt sich mit moderater Geschwindigkeit, sorgt unter anderem übrigens dafür, dass wir ein Magnetfeld haben. Wir haben also diese inneren Quellen und diese äußeren Energiequellen und zu dem allen, darf ich hier vielleicht noch dazufügen, die Sonne. Wir haben also Energiequellen, die Hülle und die Fülle. Wir haben einen Planeten, der eine unglaubliche innere Intensität hat, eine innere Aktivität. Wir haben äußere Kräfte, die an diesem Planeten ziehen, denn der Mond ist in einem Abstand von, Gott sei Dank mal großzügig, 40.000 Kilometer entstanden. Heute ist er zehnmal so weit entfernt. Das heißt, seine Gezeitenkraft war früher viel stärker als heute. Also die Erde ist richtig durchgeknetet worden durch den Mond. Der Mond ist natürlich auch durchgeknetet worden von der Erde, nur da sieht man heute nichts mehr davon. Aber damals spielte das eine große Rolle. Und zusammen mit der Sonneneinstrahlung, den großen Mengen an Wasser, den großen Mengen an Mineralien, die in dem Wasser drin waren, blieb der Materie eigentlich gar nichts anderes mehr übrig, als sich irgendwie zu organisieren. Also das ist einer der ganz wichtigen Punkte jetzt dieser Vorlesung, nämlich die Frage, wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Nach diesem physikalischen Vorlauf ist es jetzt eigentlich, glaube ich, überhaupt keine Frage mehr, die Materie hat sich jetzt nicht versammelt und hat sich überlegt, was machen wir denn jetzt mit der ganzen Energie, die uns zur Verfügung steht? Mensch, 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 Mensch. Wir haben ja Kerle, 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 Kerle. Also alleine nur die Kraft, die in den Gezeiten steckt, würde ja Möglichkeiten geben, ganz neue Moleküle aufzubauen. Also, ich fange zunächst einmal mit dem trockensten Teil der Vorlesung an, weil das ist jetzt ein Schlüssel, Kardinalstelle. Für einen Physiker ist Leben ein dissipatives Nicht-Gleichgewicht-System. Ich lasse das jetzt mal hier so wirken. Also, es geht um die Worte Dissipation, vom lateinischen Disipare, verteilen, und Nicht-Gleichgewicht. Und das mit dem Nicht-Gleichgewicht ist, glaube ich, hoffentlich in dem Vorlauf schon klar geworden. Nicht-Gleichgewicht heißt ja eben Nicht-Gleichgewicht. Sonst hieß es ja Gleichgewicht. Das ist ja logisch. Was meint jetzt der Mann, wenn er von Nicht-Gleichgewicht spricht? Nun, er meint, dass eben pausenlos Energie in so ein System reingepumpt wird. Und jetzt kommt's. Das können Sie übrigens in einem wunderbaren Buch von einem grandiosen Quantenphysiker nachlesen, Erwin Schrödinger. Der hat ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt, Was ist Leben? Das hat schon ein paar Dekaden auf dem Buckel, gehört aber nach wie vor mit zum Besten wissenschaftlicher Sachliteratur. Das ist einfach super geschrieben. Und Schrödinger war der Erste, der auf diesen Zusammenhang des Nicht-Gleichgewichts mit Leben hingewiesen hat. Schrödinger hat unter anderem diese wunderbare These aufgestellt, warum werden wir eigentlich alt und müssen eines Tages ins Gras beißen? Sagt der Schrödinger, naja, das ist doch ganz einfach. Wir sind Vielteilchensysteme. Hm, auch ein Physiker wird's offenbar. Ja, wir sind Vielteilchensysteme und Vielteilchensysteme, da gibt's eben statistische Schwankungen, also nicht alles funktioniert bei Vielteilchensystemen immer gleich und das Wir altern hat eben mit den statistischen Schwankungen zu tun. Ganz einfach. Ist kein Wunder, dass wir altern, wir bestehen aus so vielen Teilchen, da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Alle Vielteilchensysteme altern. Nur wenn man ein Atom ist, das ist egal. Ein Atom hat überhaupt keinen Zeitbegriff, deswegen verwenden wir ja Atome für Atomuhren, um damit Zeit zu messen, weil Atome selber, ja, ist immer dasselbe. Schon bei den Molekülen gibt's immer mal wieder kleine Umbaumaßnahmen, das ist übrigens das, was auf der mikroskopischen Ebene dann mit Evolution zu tun hat. Dass immer mal wieder das ein oder andere Atom irgendwo an irgendein Molekül angebaut wird, schlupp, hat es andere Eigenschaften und schlupp kann es sich unter veränderten Umweltbedingungen möglicherweise erfolgreicher durchsetzen als ein anderes Molekül. Aber so ein einzelnes Atom und dann nehmen sie einen Proton. Erinnern Sie sich noch? Ab und dann Quarks, das ist völlig wurscht, dem Proton ist das völlig egal, Elektronen ist auch, alle diese Elementarteilchen, die altern nicht. Aber sobald es gewisse Vielteilchen-Systeme gibt, dann taucht ein Alterungsprozess auf. Und so ist es nun hier, dann Leben hängt davon ab, wie viel Energie hat es zur Verfügung. Und zwar nicht Energie insgesamt, sondern wie viele Energieunterschiede stehen ihm zur Verfügung. Nur die Energieunterschiede sind es, die es uns möglich machen, tatsächlich zum Beispiel Leistung zu erbringen und damit auch eine Arbeit zu leisten. Das heißt, jedes System, ob nun physikalisch oder biochemisch, muss ein gewisses Reservoir haben, um einen solchen Unterschied abzubauen. Wenn dann der Unterschied abgebaut ist, dann ist aus dem Nicht-Gleichgewicht ein Gleichgewicht geworden. Für uns hat das Thema Gleichgewicht schon ziemlich existenzielle Bedeutung. Wenn wir nämlich im Gleichgewicht mit der Umgebung sind, dann sind wir tot. Also um zu leben, müssen wir im Nicht-Gleichgewicht sein. Sehen Sie auch an sich selber. Stellen Sie sich, guck mal, draußen das Universum hat eine Temperatur von 2,71 Kelvin, also minus 271 Grad Celsius. Unser Planet hat 15 Grad Celsius, die Sonne hat 5800 Kelvin. Die paar hundert Grad, wurscht. Also, das heißt, wir leben in einem Energiestrom. Die Energie der Sonne kommt auf die Erde und ein Teil davon wird wieder ans Universum zurückgegeben. Wir sind wie Forellen in einem Bach. Wir leben in einem unglaublichen Energiestrom. Es gibt ja diese wunderbaren Zahlen, wie viel die Erde pro Tag von der Sonne kriegt, relativ zu dem Energieverbrauch, den die Menschheit hat und so weiter. Es ist eine gewaltige Menge an Energie, die dieser Planet bekommt und die alle in biochemischen Prozessen heute umgesetzt werden. Aber wir sind ja noch am Anfang. Wir haben also bis jetzt nur dieses wahnsinnige Energiegleichgewicht hervorgerufen durch Vulkane, durch die Aktivität der Sonne, durch die Gezeiten und durch das ganze Sammelsurium an Stoffen, die sich jetzt nun in den Weltmeeren irgendwie zusammentun. Wir haben Moleküle noch und nöcher. Große Frage. Diese Urmeere, was war das? Was waren die Meere am Anfang? Waren die schon so wie heute oder haben die sich erst entwickelt? Neue These, wir haben Meere gehabt am Anfang, die aus Soda bestanden. Ja, und die haben sich ganz langsam in Kochsalz-Meere verwandelt. Und das ist eine ganz großartige Geschichte. Wir brauchen nämlich beim Kochsalz brauchen wir natürlich Natriumchlorid. Das ist Kochsalz. Dann brauchen wir noch was. Vor ungefähr 700 Millionen Jahren oder vielleicht vor 650 Millionen Jahren sind die ersten Kalkskelette entdeckt worden. Also gemacht worden. Wir haben sie dann später als Fossilien entdeckt. Woher kommt da Kalk? Kalk ist Calciumcarbonat. Das hätten wir auch gerne, damit wir unsere Skelette bauen können und dann hinterher sagen können, ach so, so war das. Wie kommen wir an diese Geschichten? Nun, wir nehmen Soda, also Natriumcarbonat und was haben wir noch? Calciumchlorid. Wunderbar. Und dann kriegen wir das da. Bingo. Maseltoff. Sehen Sie es, sehen Sie es. Also für all die, die diese Form nicht lesen können. Hier sind zwei Natrium. Natrium ist ein Alkalimetall. Hier ist Karbonat, Natriumcarbonat und Calciumchlorid. Und die können sich in einer solchen Soda-Kochsalz-Entwicklung in Kochsalz verwandeln. Jetzt haben wir aber zweimal Natrium. Bingo. Hier haben wir zwei Natrium. Hier haben wir zwei Chlor. Prima. Also haben wir zweimal Natriumchlorid und einmal Calciumcarbonat. Bingo. Und das kann dann verwendet werden für Gips und ähnlichen Kram. Prima. Das heißt, es könnte sein, dass die Meere in der Phase, als das Leben entstanden ist, ganz anders aussahen von ihrem sogenannten pH-Wert. Der sagt etwas darüber aus, ob es nun besonders sauer gewesen ist oder besonders laugig, also basisch, als heute. Heute sind die Meere auch, aber nicht so schlimm wie damals. Also damals können die Meere, was diese Un-Nicht-Gleichgewichte betrifft, eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben. Also letztlich geht alles nur noch darum, dass die Materie unter diesen Umständen, unter denen unser Planet entstanden ist, gar nicht anders konnte, als alle Kanäle zu besetzen, die es nur irgendwie gibt. Kanäle heißt jetzt, alle Möglichkeiten, die ihm irgendwie zur Verfügung standen. Das heißt, es konnte nicht mehr dabei bleiben, einfach nur Gestein zu machen, sondern es waren so viele Moleküle unterwegs, dass es pausenlos zu irgendwelchen Neubildungen kam. Und jetzt kommt der Hammer. Es gibt Moleküle. Ich will jetzt nicht sagen, die sind so wie Sie und ich. Aber es gibt einfach Teile von Molekülen, die hassen Wasser. Die sind hydrophob. Dann gibt es Teile von Molekülen, die sind hydrophil. Die lieben Wasser. Das heißt, Sie können sich vorstellen, wenn viele von solchen Molekülen entstehen, dann wird natürlich der Teil des Moleküls, der Wasser liebt, der wird sich quasi nach außen zum Wasser hinzeigen, wird zum Wasser hinzeigen, während der Hasser, der ist froh, wenn er mit Wasser nichts zu tun hat. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, nehmen wir mal an, wir haben so 15 oder 20 von solchen Molekülen und die richten sich jetzt so aus. Der liebende Teil nach außen und der hassende nach innen. Es bildet sich eine langsam, aber sicher geschlossene, ich will es noch nicht weiter sagen, es bildet sich irgendwas Geschlossenes. Die Moleküle fühlen sich so sehr wohl, weil sie sind in dem Zustand, in dem sie gerne sein wollen. Nämlich die Hasser sind weg vom Wasser und die Liebhaber, die sind im Wasser drin. Super. Das muss natürlich zwangsläufig dazu führen, dass die Konzentration an Wassermolekülen innen kleiner wird als außen. Oder es könnten andere Moleküle innerhalb dieses merkwürdigen Gebildes drin sein, aber Sie sehen schon, wir haben hier den Beginn der Membranbildung. Also ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Sie sind eine Genossenschaft von 10 Billionen Mitarbeitern. Ja, 10 Billionen, und damit meine ich europäische Billionen, nicht irgendwie diese amerikanischen Dinger da. 10 Billionen. 10 Billionen, die also sich gemeinsam irgendwie helfen, zusammenarbeiten und gegenseitig auch kontrollieren. Das sind wir. Wir sind ein riesiges Sammelsurium von Einzellern, wo also jeder guckt, dass alles seinen Schick hat. Wenn Sie sich schneiden hier im Finger, dann werden sofort sowohl die Hautzellen ersetzt, als auch das, was unterhalb der obersten Hautschicht ist. Hier entsteht keine Niere an Ihrem Finger oder der Leber oder sonst irgendwas. Nichts. Die wissen genau, was dahin gehört. Das wird auch dahin gebaut. Also das ist ja jetzt, ich will jetzt hier keine Wundervorlesung halten, aber bei 10 Billionen Teilnehmern muss man sich schon fragen, da wundert man sich, dass man einigermaßen gesund ist. Da muss ja ständig irgendwas. Und Sie kennen ja all diesen wunderbaren Medizinerwitz. Sie glauben, Sie sind gesund, da sind Sie nur noch nicht genug untersucht. Also, kommen wir zurück zu dem Moment, wo sich zum ersten Mal Moleküle genauso strukturiert haben. Warum konnten Sie das? Weil Sie genügend Energie hatten, nämlich aus dem Nichtgleichgewicht genügend Energie für sich schnappen konnten, um diese Strukturen zu bilden. Erste Bläschen bilden sich, Co-Azervat-Bläschen. Aber jetzt müssen Sie sich überlegen, ich weiß nicht, ob Sie das alles noch im Hinterkopf haben, ich schreibe es dann nochmal auf. An der Stelle können wir das nämlich gut gebrauchen. Es gab noch keine Ozonschicht. Und was das bedeutet, kann Ihnen jeder Australier sagen, wie unangenehm es ist, wenn es keine Ozonschicht gibt. Dann hört man nämlich morgens im Radio, du darfst heute höchstens acht Minuten in der Sonne bleiben, danach wird es zu gefährlich. Weil nämlich die Ozonschicht sorgt dafür, dass die Ultraviolettstrahlung diesen Planeten, zumindest an seiner Oberfläche, nicht in voller Stärke erreicht. Damals gab es aber keine. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, und jetzt kommt es ja wieder mit der Quantenmechanik, ich gehe jetzt mal hier hin wieder, Sie wissen schon, Quantenmechanik. Man kann also jetzt die Bindungsenergien von solchen Molekülen ausrechnen. Warum? Naja, das sind eben solche Vibrations- und Rotationsmoden. Und dann stellt man fest, wenn da ein UV-Photon reinknallt, geht das Molekül kaputt. Während Sie sagen, das ist aber schade, Mensch, wir hatten doch eben so eine schöne Membran, jetzt haut da die Ultraviolettstrahlung, macht ja alles wieder kaputt. Das ist aber doof, Herr Lesch. So geht das aber nicht. Ja, würde ich sagen, da haben Sie völlig recht, aber so eine Zerstörung hat natürlich, das ist ja dieses schöne deutsche, dieses neudeutsche Beraterdeutsch. Ja, so eine Katastrophe, da ist ja auch eine Chance drin. Das sind ja die Leute, die von Problemen leben. Die formulieren solche Sätze. Die freuen sich, solange Probleme existieren, haben die auch Einkommen. Wenn nur noch Lösungen da sind, dann sind ja Berater uninteressant. Okay, also man könnte sagen, jawohl, tatsächlich in der Tat, dadurch, dass eben diese Moleküle immer wieder aufs Neue kaputt gemacht werden und sich neu bilden, bilden sich eben ständig neue Kombinationen dieser hydrophilen und hydrophoben Teile und auf diese Art und Weise entstehen ganz unterschiedliche Membranen. Die einen sind ein bisschen größer, die anderen sind ein bisschen weniger stabil und so weiter. Das heißt, Sie sehen, das Sammelsurium, was hier auftaucht, muss ungeheuerlich gewesen sein. Alle möglichen Membranformen konnten entstehen, solange nur eben ein hydrophiler und ein hydrophober Anteil da war. Wunderbar. Und das gilt überhaupt für die gesamte Bildung, nämlich jetzt kommt es von den kleinen Molekülen, den sogenannten Monomeren, also denjenigen, die jetzt zunächst einmal relativ überschaubare Kohlenwasserstoffmoleküle waren, wie man sie auch im interstellaren Medium findet. Das sind also kleine Moleküle, hin zu den Polymeren. Und das sind die Moleküle, mit denen wir heute vor allen Dingen ausgestattet sind, nämlich sehr lange Kohlenwasserstoffketten. Also Monomere zum Beispiel, kleinere Moleküle, gibt es im interstellaren Medium, die hüllen die Fülle. Ameisensäure, Methylalkohol, Ethylalkohol, sogar die einfachsten Aminosäuren, das gibt es da draußen, alles überhaupt kein Problem. Gib ihnen einfach nur so ein Staubteilchen, also die Staubkörner im interstellaren Medium. Sie wissen schon, wo die Staubkörner hergekommen sind. Das war damals so, es ist immer so. Die Sterne explodieren, die Staub, die Hüllen, die sie abgeben, sind am Anfang sehr heiß, dann kühlen sie sich ab und es bilden sich Staubteilchen. Das sind vor allen Dingen Silizium, Wasserstoff und Kohlenstoffverbindungen und diese Verbindungen sind, die haben eine Struktur wie Norwegen, wie die norwegische Küste, ein Fjord neben dem anderen und in den Fjorden, in diesen Fjorden der Staubteilchen können sich eben alle möglichen Moleküle bilden. Also da, wo Staub ist, finden wir heutzutage auch wirklich alle möglichen Moleküle, nach denen wir suchen. Und zwar tatsächlich eine ganz kurze Anekdote zwischendurch, damit Sie sich vielleicht ein bisschen entspannen können, denn das ist ja jetzt doch ein bisschen viel. Wir kommen gleich zu den Polymeren zurück, keine Bange. Das ist ein wunderbares Beispiel für die Anwendung, die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, gelten überall im Universum. Wir gehen in irgendein deutsches physikalisches Institut für Molekülspektroskopie. Das heißt, in diesem Institut werden Moleküle dazu veranlasst, zu strahlen, also Strahlung abzugeben, aber auch zu absorbieren. Das heißt, wir kennen das Spektrum eines Moleküls. Irgendein Molekül, irgendwas, völlig egal. Was nennen wir dann? Irgendwas, ist eigentlich egal. Wirklich Formaldehyd, wunderbar. Nehmen Sie irgendwas, Wurscht, wir kriegen das schon hin, wir kriegen das zum Strahlen und dann haben wir nach einer Weile, also sagen wir mal nach zwei bis drei Doktorarbeiten, haben wir ein ordentliches Spektrum. Wir wissen dann genau, wo das Ding strahlt. Dann fahren wir mit dem Spektrum, entweder im Koffer oder im Computer, fahren wir nach Granada. Sierra Nevada. Es leuchten die Sterne und so weiter. Wunderbar. In der Sierra Nevada steht ein 30-Meter-Spiegel von IRAM, das ist also eine europäische Einrichtung. Und mit diesem 30-Meter-Spiegel kann man Infrarotstrahlung empfangen. Jetzt nehmen wir also unser Spektrum, gucken wir mal an, was so die Hauptlinien sind und jetzt stellen wir den Spektrografen vom IRAM-Teleskop, Pico Veleta stellen wir ein. Also wenn Sie mal da unten sind, sollten Sie da mal hochfahren. Das ist eine großartige Strecke und man sieht also richtig, unter welchen harten Bedingungen Astronomen teilweise arbeiten müssen. Wirklich. Es ist katastrophal. Ich meine, in der Nähe von Granada, das Meer ist in der Nähe, das ist nicht schön, vor allem, wenn man nicht hin kann. Also für die, die oben da arbeiten. Also wir stellen jetzt das Ding da oben ein und jetzt gucken wir zum Beispiel mal irgendeine Gaswolke an, die man mit dem Ding gut beobachten kann, sagen wir mal die Orion-Gaswolke. Orion ist ja jetzt auch demnächst wieder am Himmel gut zu sehen, ein wunderbares Sternbild, die drei Gürtelsternen vom Orion, Beta-Geutz ist gerade, ist dann oben rot zu sehen, wunderbar. Übrigens eine schwierige kleine Anekdote innerhalb der Anekdote noch, für die Amateur-Astronomen hier, Beta-Geutz schrumpft. Das sollte uns zu denken geben. Sterne, die schrumpfen, beißen nicht, ich weiß, aber die können explodieren. Aber der ist weit genug von uns entfernt. Aber wenn der explodierte, der ist 600 Lichtjahre von uns entfernt, wow, der Himmel hier weiß los. Ich hoffe nur, dass es nicht im Sommer passiert. Dann sehen wir hier in Europa nichts. Das wäre blöd. Also im Winter wäre schön, da hätten wir den Beta-Geutz schön am Himmel wieder dann so auseinanderfliegt. Grandios. Also wir gucken in unserem IRAM-Teleskop in eine solche Gaswolke an und was soll ich Ihnen sagen? Die finden die. Die finden genau diese Moleküle. Das heißt, die finden alle möglichen Bandenspektren von großen Molekülen, es sind 110 verschiedene Kohlenwasserstoffmoleküle entdeckt worden. Das heißt, die Monomerbildung ist nichts Magisches, wo man sagen würde, Moment, das kann doch auf der frühen Erde alles so gar nicht passiert sein, das ist doch viel zu unwahrscheinlich und so weiter. Nein, nein, Monomerbildung ist überhaupt kein Problem. Polymerbildung, das ist was anderes. Denn große Moleküle aufzubauen, dazu bedarf es wieder einer gewissen Langeweile. Sie wissen ja, ich bin ja ein großer Vertreter von möglichst viel Langeweile, weil Langeweile bedeutet, es passiert nichts und wenn nichts passiert, dann bleibt alles so, wie es ist. Also Langeweile heißt vor allen Dingen kosmisch gesprochen, dass hier keine Gefahren drohen, dass der Planet ständig bombardiert wird. Langeweile heißt aber bei der Molekülentwicklung auch, dass eben jetzt nicht pausenlos das Wasser anfängt zu kochen, der Planet vereist, dann wieder auftaucht, vereist und wieder auftaucht, sondern dass man zunächst mal rein flüssiges Wasser hat und dass in diesem flüssigen Wasser genügend Nährstoffe sind, die sich dann zusammentun können. Also die Polymerbildung ist insgesamt ein Prozess, der davon abhängig ist, welche Nährstoffe sind da und wie lange kann es gehen. Und ein Problem ist natürlich da. Wenn Sie zu viel Wasser haben, was machen Polymere dann? Die lösen sich auf. Also in der ganz großen Wassertiefe ist es schwierig mit der Polymerbildung. Wenn Sie aber jetzt an die Wasseroberfläche gehen, ist auch schlecht. Also nicht zu viel und doch zu wenig. Das ist ungefähr der Bereich, in dem die Polymerbildung sich gut abspielen kann. Und also 15, 20 Meter tief, wunderbar. Und wenn man sich dann noch überlegt, Mensch, das zusammen mit Gezeitenbecken, dann hat man schon so langsam mal ein Gefühl dafür, wo sich die ersten großen Polymere gebildet haben können. Abgesehen von den Gebieten, die wirklich dramatisch voll sind mit Energiequellen, nämlich den sogenannten Blacksmokern auf dem Boden von Ozeanen. Das sieht man ja heute noch, da können sich ja Lebewesen auch ganz ohne Sonne aufhalten, weil eben die chemische Energie, die da zur Verfügung steht, ist so überwältigend groß, die fressen einfach alles weg. So wie es überhaupt, neben den Bakterien, aus denen wir bestehen, beziehungsweise die in unserem Darm oder sonst irgendwo Unwesen treiben, also die wir kennen, gibt es noch die sogenannten Archeen. Da gibt es den wunderbaren Kollegen Stetter in Regensburg. Der ist ein großer Archeenzüchter, also nicht Kakteen, sondern Archeen. Und diese Archeen, die sind in der Lage, Dinge zu fressen, da würden wir sagen, Gottes Willen, zum Beispiel Salpetersäure bei 114 Grad Celsius. Das lieben die, da kochen die. Und wenn der gute Herr Stetter über seine Archeen spricht, dann ist er auch, also es ist großartig. Aber die Archeen sind offenbar nicht diejenigen gewesen, die sich durchgesetzt haben. Hier sitzen keine Archeen, die Salpetersäure futtern. Hier sitzen ganz andere, hier sitzen Eukaryonten. Denn die Bakterien sind Zellen ohne Zellkern, also ohne festen Zellkern. Das Erbmaterial schwimmt da so in der Brühe rum, in dem Zytoplasma rum. Wir sind Eukaryonten, wir haben einen Zellkern. Das ist der große Unterschied. Prokaryonten, also Bakterien, vermehren sich gleichgeschlechtlich und die Eukaryonten, die vermehren sich eben geschlechtlich. Also die Eukaryonten haben dazu geführt, dass es eben nicht nur Luft gibt, sondern auch Liebe. Die Prokaryonten sorgen für die Luft. Die haben nämlich genau das gemacht, die haben nämlich irgendwann, nachdem diese ganzen chemischen Prozesse abgelaufen sind, dafür gesorgt, dass es Sauerstoff in unserer Atmosphäre gibt. Aber dazu komme ich noch. Also der Übergang ist ganz entscheidend, denn diese Polymere haben dann immer mehr und mehr die Eigenschaften, von denen gerade die Rede war, nämlich hydrophile und hydrophobe Anteile. Und zwar nicht nur so banale Dinge, wie das so aussieht, wie so ein Kreis oder eine Ellipse, sondern da können sehr stark strukturierte Objekte dabei herauskommen, fast sowas wie Kristalle, wo immer wieder irgendwelche Strukturen entstehen, in denen die Nährstoffkonzentration anders ist als drumherum. Und das ist eine der wichtigsten Definitionen, die zum Leben dazugehört, nämlich die Verteilung von, also die Aufnahme von Energie, die Verteilung von Energie und die Verwandlung dieser Energie in Treibstoff für den Organismus. Wir haben bei der Membranbildung den ersten Schritt, wie Polymere anfangen, Strukturen zu bilden. Also das Energie-Nicht-Gleichgewicht ist wichtig dafür, dass diese Energie, die aufgenommen worden ist, in sich in eine Struktur verwandeln konnte. Membran ist der erste Schritt und danach der Rest ist irgendwie klar. Das läuft in allen möglichen Varianten ab, diese Strukturbildung. Eben nicht nur eine Membran bildet sich, sondern es bilden sich auch andere Teile. Und dann kommt es zu etwas, wo man auch sagen muss, Wettbewerb ja, aber nicht unter allen Bedingungen. Manchmal ist es auch wirklich Genossenschaft. Bakterien, vor allen Dingen aber die Variante, aus denen wir bestehen, also Eukaryonden, bestehen ihrerseits aus Einzellern. Das heißt, da sind Einzelteile drin, die irgendwann mal festgestellt haben, wahrscheinlich kann man sich richtig vorstellen, so ein Etwas hat ein anderes Etwas in sich aufgenommen. Kurz ging die Membran auf, schlupp, war es drin. Konnte aber nicht verdaut werden, wie das so ist. Und dann haben die beiden festgestellt, wir beide zusammen können besser Ressourcen verwenden, als wenn wir alleine sind. Und dann ist der eine drin geblieben. Und so nennt man diesen Symbionten Endosymbionten. Es gibt die große Endosymbionten-Hypothese, das nämlich tatsächlich alles, was zum Aufbau des Lebens geführt hat, damit zu tun hat, dass es ein symbiotischer Prozess ist, wo die Einzelteile schlicht besser zusammengearbeitet haben, im Kollektiv als einzeln. Und diese Symbionten-Hypothese oder die Symbionten-Welt, die hat dann letztlich dazu geführt, dass am Ende Prokaryonten rausgekommen sind, das waren sicherlich die allerersten, also das sind die Zellen ohne Kern oder auch Prokaryoten, es gibt alles Mögliche, Prokaryonten. Das sind die wichtigsten Zellen, die dann mit dazu beigetragen haben, diesen Planeten dramatisch zu verändern. Wenn es außerirdische Besucher zu diesem Zeitpunkt gegeben haben sollte, dann haben die festgestellt, der Planet ist weitestgehend unbelebt, abgesehen von dem Wasser. Da geht es ab. Die Erdgeschichte in ein Jahr zusammengefasst, dann würde man praktisch 80 bis 90 Prozent dieser Erdgeschichte haben nur und ausschließlich mit der Entwicklung von solchen Einzellern zu tun. Das heißt, ob schon unser Planet Wasser zur Verfügung hat, die richtige atmosphärische Entwicklung, von der gleich noch die Rede sein wird, und so weiter und so weiter, im richtigen Abstand zu einem richtigen Stern steht, keine fürchterlichen kosmischen Katastrophen erlebt hat, also keine Zusammenstöße mit anderen Planeten und so weiter und so weiter. Alles ist gut, alles ist gut. Trotzdem hat das Phänomen Leben auf unserem Planeten über die längste Zeit, also fast vier Milliarden Jahre lang praktisch nur Einzeller produziert. Sonst nichts. Ja, war gar nicht nötig. Also man war froh, offenbar. Man fühlte sich wohl, man hat einfach so vor sich hingefuttert, hat Photosynthese betrieben, später dann, da komme ich jetzt gleich drauf, und das war es. Mehr war gar nicht, vielleicht war auch gar nicht mehr vorgesehen, weiß nicht. Sollte einfach der Planet Nummer drei sein mit Einzellern. Das, was dann passiert ist, war vielleicht irgendwie ein Fehler in der Produktion. Wer weiß. Aber achten Sie drauf, bitte an der Stelle möchte ich nur noch mal kurz das Warnschild hochhalten. In dieser ganzen Erzählung über die Natur, von der ja vorhin Thomas Mann noch mal so schön gesagt hat, die Natur ist eines, vom Urknall über die Entwicklung der Galaxien, der Sterne, der Planeten und so weiter, auch dieser Vorgang der Lebensentwicklung auf dem Planeten Nummer drei in dem System, das wir Sonnensystem nennen, ist nicht entkoppelt von den restlichen Naturgesetzlichkeiten. Niemand hat da eingegriffen und hat irgendwie was gesagt. In dieser Geschichte des modernen Naturalismus ist tatsächlich, gibt es keine Lücken, wo auf einmal irgendwie ein Schöpfer gesagt hat, jetzt aber, jetzt will ich auch noch mal nachdrehen oder so was. Jetzt will ich noch mal nachjustieren oder so. Nichts. Sondern das Ganze ist ein absolutes, zumindest nach unserem Dafürhalten, soweit wir das erforschen können, ein reines Selbstorganisationsphänomen. Rein. Also, wenn die Frage nach Gott sich stellt, dann nicht bei dieser empirischen Geschichte. Diese Geschichte will auch gar nicht konkurrieren mit den Mythen oder so was, die wir Menschen im Laufe der letzten 10.000, 15.000 Jahre entwickelt haben über die Entstehung der Welt. Da werden existenzielle Fragen angesprochen, die unser Dasein in diesem Hiersein betreffen und da verwenden wir alle möglichen Bilder. Nein, was wir hier haben, ist eine Aneinanderreihung von Hypothesen, die sich dadurch gegenseitig stützen, dass wir eine Reihe von Experimenten, Beobachtungen und Indizien haben, die also das Ganze so zusammenbauen, dass man sagen kann, also der Zeuge, wenn er lügt, dann lügt er verdammt gut vor dem Gerichtshof der Naturgesetze. Wobei es da ja keinen Richter gibt und damit natürlich auch keinen Staatsanwalt und damit auch keine Fragestellung. Also hier entsteht ja alles von alleine. Achten Sie darauf, dass ich die ganze Zeit hier noch nichts gebraucht habe, außer ganz normaler Laborchemie, ganz normaler Kernphysik und unter den Bedingungen, unter denen die Erde damals gewesen sein könnte. Ich weiß, es war niemand dabei, aber wir haben gute Gründe, dass unser Planet Erde zwar was ganz Grandioses ist, aber unter den Grandiosen möglicherweise keine Ausnahme, dass wir also hier mit ganz normalen empirischen Fakten arbeiten. Empirische Hypothesen müssen an der Erfahrung scheitern können. Das ist historisch immer ein Problem, habe ich ja schon mal gesagt. aber im Rahmen dieser Hypothesenüberprüfung ist die Frage nach dem Ursprung des Lebens auf der Erde keine Frage, wo man sagt, will ich nichts mit zu tun haben, sondern das können wir ganz ordentlich behandeln. Wir haben noch nicht alles erklärt, Gott sei Dank, werden wir wahrscheinlich auch nie. Es gibt immer Lücken, aber diese Lücken sind keine Sachen, wo man jetzt sagen muss, ha, hier, hier ist es passiert oder da oder dort, sondern es ist einfach nur der Antrieb für neue Forschung. Es ist keine, also Fragen nach Gott sind hier nicht nötig. Man kann sie stellen, also man kann das große Ganze, kann man in eine theologische Diskussion führen, also wie es so schön heißt bei Thea de Chardin, Gott hat die Welt so gemacht, dass sie sich selbst macht. Eine großartige Vorstellung, ein Universum, das gewollt ist und eben dann deswegen auch Eigenschaften haben muss der Selbstorganisation. Aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir zurück zu unseren Brokaryonten. Diese Brokaryonten haben über lange Zeit ein Verfahren benutzt der Energieumsetzung, das kennen wir alle, die alkoholische Gärung. Gärung, Sie wissen, auf welchen Film es geht. Rühmann, Heinz, Feuer, Zangenbowle. Die alkoholische Gärung ist eines dieser Verfahren, die eben Energie freisetzen, aber es hat irgendwann nicht mehr gereicht. Oder andersrum gesagt, irgendwann, wie das so ist mit so kleinen Bewegungen, die beginnen ja häufig ganz klein, irgendwann haben irgendwelche von diesen Bakterien angefangen, ein höchst giftiges Gas freizusetzen. Etwas, was in ihrer Umgebung alles gekillt hat, nämlich Sauerstoff. Diesen ersten ist es nämlich irgendwie gelungen, das Licht des Sterns, der damals noch keinen Namen hatte, weil es einfach noch niemand gab, der ihm einen Namen hätte geben können. Also das Licht dieses Sterns so zu verwenden, dass in ihnen Zucker freigesetzt wurde, also Zucker wurde aufgebaut und dann noch andere Stoffe und dabei wurde irgendwie Sauerstoff frei. Atmen Sie ruhig mal ein, also wir sind ja alle, wir sind ja alle Atmer, Sauerstoffatmer, also in uns wird irgendwie diese Sauerstoffatmung umgesetzt, bei uns in den Zellen sind es die Mitochondrien, die das regeln, die waren übrigens ihrerseits schon mal Bakterien, Sie wissen, oder vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, es gibt Mitochondrien-RNA, das heißt, da ist ein Erbgut drin in den Mitochondrien und anhand der Mitochondrien-RNA kann man die Mutterlinien der Menschheit nachverfolgen, es gibt genau sieben, auch eine großartige Geschichte, komme ich vielleicht nachher noch mal drauf, wenn noch Zeit ist. Aber zurück zu unseren Bokajonten, die haben also angefangen, Sauerstoff freizusetzen und das im Wasser. Jetzt ist die Frage, kommt der Sauerstoff, der da im Wasser freigesetzt worden ist, kommt der gleich raus in die Atmosphäre oder kann da zwischendurch was passieren? Es passierte was zwischendurch, wunderschöne Geschichte, es rostete das Eisen. Banded Iron Formation, gebänderte Eisenerze entstanden und zwar kilometerdick, wenn Sie mal in Australien sind bei Gelegenheit, können Sie sich das mal angucken, da gibt es also wirklich kilometerdicke Eisenvorkommen und die sind damals entstanden. Das heißt, Eisen wurde oxidiert von Eisen 2 auf Eisen 3, fiel dann runter auf den Meeresboden, dann gab es immer wieder neue Schichten und neue Eisenrostverfahren und das ganze Eisen im Wasser wurde irgendwie total verrostet und fiel aus und fiel aus und fiel aus und fiel aus und das dauerte ungefähr anderthalb bis zwei Milliarden Jahre und dann erst, ja, wir hatten Zeit damals die Leute. Ja, es gab noch keine Uhr, es gab nichts, es gab niemanden, der gesagt hat, Moment mal, das muss aber jetzt schneller gehen, ich hatte mir vorgestellt, dass nach 500 Millionen Jahren die Entwicklung weiter ist, das hatte ich mir wirklich vorgestellt, kann man sich richtig vorstellen, der Personaler, also wissen Sie, wir sind etwas unzufrieden mit Ihnen. Wir hatten uns da was ganz anderes gedacht, als wir sie eingestellt haben, das gab es da alles nicht, die Natur hat das alles nicht nötig, die Natur spricht mit sich selber genug, sie braucht da, hat da überhaupt kein, und sie ist entspannter, viel entspannter, da kann überhaupt nichts passieren, die machen keine Erzverpflanzung da und die Natur ist auch nicht auf der Flucht, wo soll sie auch hin, auf dem Vernehmen. Also nach zwei Milliarden Jahren war das ungefähr so weit, dass dieses BIF, Banded Iron Formation, gebänderte Eisenerze und Kieselerze dazwischen, das war dann irgendwann vorbei und dann drangen, drangen so die ersten, kann man sich diese Vorstände, plupp, 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 kam der Sauerstoff in die Atmosphäre und dann änderte sich alles. Während also, Sie erinnern sich, vorhin stand hier an der, das steht ja immer noch hier, während also die Meere sich langsam von Soda in Kochsalz verwandelten, wurde ganz langsam, wurde immer mehr und mehr Sauerstoff in die Atmosphäre gebracht. Und aus diesen dissipativen Nichtgleichgewichtssystemen, also diesen merkwürdigen chemischen Fabriken, klein aber oho, in denen immer wieder Nahrung aufgenommen wurde, dann wurde sie verdaut, dann wurde sie in Treibstoff für den Organismus verwandelt, Nahrung wurde aufgenommen, bla 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 bla. Auf einmal passierte mehr, es passierte immer mehr und mehr, je mehr Sauerstoff in die Atmosphäre kam und je mehr diese fotosynthetischen Bakterien anfingen, den Planeten zu verwandeln und zu verwandeln und zu verwandeln. Denn da wurde endlich aus dem rot, aus dem ehemals rot glühenden, von einer undurchdringlichen Wolkendecke umgebenden Planeten endlich der, den unsere Astronauten 1968 zum ersten Mal in voller Schönheit gesehen haben, nämlich wirklich der blaue Diamant. Wahrscheinlich reisen auch erst seit dieser Zeit überhaupt Außerirdische zu uns. Vorher war das nur so ein Drecksplanet wie alle anderen Dinge auch. Aber jetzt auf einmal, Blue, The Big Blue, wie das so schön hieß. Kennen Sie noch The Big Blue? Das war früher eine Firma, die hieß IBM, International Biomassistent. Die haben behauptet, kein Mensch brauche Personal Computer. Also, es wurde, die Ozonschicht war da und vor allen Dingen, also ganz allgemein, hat der Sauerstoff eben eine überragende Bedeutung gewonnen, weil der Sauerstoff tut etwas, was nur Sauerstoff in dieser Form tun kann, er oxidiert. Das ist eine Energiequelle ersten Ranges und damit war quasi alles klar. Wir haben jetzt die Möglichkeit, in einer Sauerstoffatmosphäre, die übrigens zwischendurch, da komme ich gleich noch drauf, echte Schwierigkeiten gemacht hat, in einer Sauerstoffatmosphäre Leben sich entwickeln zu lassen. Also, wenn wir die Erde, Erdgeschichte, in ein Jahr zusammenbrechen, dann sind wir jetzt beim 17. November so gegen 16 Uhr. Denn jetzt geht es richtig zur Sache. Endlich passiert mal was. Vorher war ja nichts großartig was los. Aber jetzt passiert mal was. Im Wasser bilden sich Vielzeller und diese Vielzeller haben zum ersten Mal Skelette. Und diese Vielzeller können alle anderen Vielzeller, die keine Skelette haben, schon mal in sich aufnehmen. Das heißt, sie werden immer größer, immer erfolgreicher. Das spricht sich rum, das Verfahren, dass das Auffressen von anderen ein erfolgreiches Verfahren ist. So entstanden also die ersten Fleischfresser. Während immer noch die ganzen Bakterien auf dieser Welt nach wie vor ihren Job machen und Sauerstoff produzieren und dadurch, dass sie Sauerstoff produzieren, ist immer genügend Sauerstoff in der Atmosphäre für das Ozon. Sie wissen, Ozon ist nicht Gleichgewichtsmolekül. Wenn man da nicht ständig Sauerstoff nachliefert, dann geht es kaputt. Man braucht also ständig diesen Sauerstoffproduzenten. Und vor allen Dingen, irgendwann war mal so viel Sauerstoff in der Atmosphäre beziehungsweise es waren so viele Skelette da und so viele Viecher im Wasser, dass es doch tatsächlich die ersten gab, die haben mal so die Fühler ausgestreckt, ob es nicht vielleicht angenehmer wäre und auch viel bequemer, wenn man an Land ginge. Weil an Land wären diese Viecher, die da im Meer sich so rumtreiben, die könnten da nicht hin. Also die Ausbreitung des Lebens aufs Land, übrigens zuerst die Pflanzen naturgemäß, das waren die ersten, die also geflüchtet sind vor diesen fürchterlichen Umständen im Meer. So geht es ja nicht weiter. Das war auch so eine Bewegung. Occupy the Land hieß es damals. Und so ging es nicht weiter. Diese Freskier und so weiter, das ging ja nicht so und haben sich dann aus dem Meer zurückgezogen. Aber jetzt müssen Sie sich mal überlegen, was das bedeutet hat für Organismen, die es gewohnt waren, zum Beispiel in reiner Flüssigkeit vor sich hin zu sein und jetzt auf einmal müssen sie draußen an Land dafür sorgen, dass sie die Flüssigkeit nicht verlieren. Also die müssen auf einmal Schutzzellen bilden, wie man das zum Beispiel beim Baumstamm sehen kann. Da gibt es als nächstes Mal Zellen, die sorgen dafür, dass all diese Leitungen, die in so einem Organismus drin sind, dass die geschützt sind vor irgendwelcher Verdunstung. Ansonsten vertrocknet das ja. Es muss dafür gesorgt werden, dass, ja, vorher war alles im Wasser, Nährstoffe, du konntest einfach mal, was essen wir denn heute? Hat man einfach reingezogen, was da war. Jetzt auf einmal musst du gucken, wie kriegst du denn diese Nährstoffe, die eben noch zur Verfügung standen, die Hülle und die Fülle, wie kriegst du die über Wurzeln in dich rein? Ich meine, dass es nachher irgendwelche Viecher gab, die gesagt haben, also die haben das ja alle schon in sich reingezogen, die fresse ich. Das ist eine Geschichte für sich, das kommt dann später. Aber am Anfang waren es tatsächlich die Pflanzen, ungefähr 450 Millionen Jahren sind die ersten Pflanzen an Land gegangen. Aber dann, dann ging aber was los. Dann wurde eine Biomasse geschaffen, das war dramatisch. An Land ist eine ungeheure Menge an Biologie passiert. Wahnsinn. Also die haben ja gesehen, Mensch, hier ist ja Platz. Nichts wie, also alle Zonen wurden besiedelt und alsbald waren dann eben auch die Tiere da und so weiter. Man kennt alle diese Bilder, wie also diese Lurche dann so an Land schlappen, dann wachsen ihnen langsam alle möglichen Beine und äußeren Gliedmaßen und dann den Rest brauche ich Ihnen gar nicht erzählen. Dann kommen diese Viecher, Trias, Greide, Jura und so weiter. Also die Trias, Jura, Greide und das will ich gar nicht. Zwischendurch ist aber eine Geschichte passiert, die ist wirklich hochinteressant, wie das so ist. Also 450 Millionen, ja jetzt muss ich nachgucken, wann war der Carbon? Weiß das jemand auswendig? Ich habe es mir extra aufgeschrieben, ich kann mir diese, das kann ich mir nicht merken. Also hier 354 bis 296, also ist auch egal, jetzt haben Sie nicht so wichtig. Also es gab mal ein Urzeitalter vor 350 Millionen Jahren grob, das war es Carbon und da, da hatte unsere Atmosphäre statt der heutigen 21 Prozent Sauerstoff 35 Prozent Sauerstoff. Also es gab Viecher, die man sonst nur aus Harry Potter Geschichten kennt, Riesenspinnen, zwei Meter große Skorpione und lauter Tracheenatmung einfach sehr erfolgreich zu dem Zeitpunkt. Allerdings kann man sich leicht vorstellen, 35 Prozent Sauerstoff, das heißt die Feuerwehr war dauernd unterwegs, wenn es welche gegeben hätte. Das heißt es brannte wie verrückt, das heißt die Biomasse ging wieder zurück, damit ging auch die Sauerstoffproduktion zurück und das Ganze hat sich auf die heutigen 21 Prozent so eingeschwungen. Dann kam der Tag vor 65 Millionen, und dann kamen ja die Dinosaurier, diese Riesenviecher, also da sieht man ja, zu was die Natur fähig ist. Also es gibt ja da Prontosauriertypen, die sind irgendwie 35 Meter lang und die haben sogar teilweise zwei Gehirne entwickelt, weil die haben dann festgestellt, wenn mich hinten einer in den Schwanz beißt, bis vorne das Gehirn das mitkriegt, da hat er mir schon hinten die Hälfte abgefuttert. Also haben sich die Sorten einfach durchgesetzt, die also dann hinten schon mal empfindlicher waren in der Sensorik und empfindliche Sensorik, die kontrolliert und gesteuert werden soll, die hat tatsächlich so etwas wie einen Gehirncharakter, wie man überhaupt sagen muss, ich hätte diese Vorlesung heute Abend ganz anders halten können, nämlich mehr von den Organisationsprinzipien her, wo man mal sich überlegen kann, wie kommt diese Selbstregulierung eines Organismus überhaupt zustande, die sogenannte Hömöostase. Also wie kann es sein, dass ein Lebewesen seine Parameter in dem Bereich hält, in dem es auch tatsächlich leben kann. Das ist eine großartige Geschichte, und wenn Sie sich mal zwischendurch in den Spiegel gucken, schauen Sie sich mal an, lieben Sie sich, das ist großartig. Es ist der Hammer, es ist der absolute Hammer, also was mit uns alles passiert, damit unsere Temperatur, Blutzucker, Säuregehalt, Kohlendioxidgehalt und so weiter, dass das alles in dem Bereich ist, in dem wir es brauchen, dass wir sagen können, ja, ich lege mich hin, ich bin zu müde und so weiter. Das ist schon großartig, und das passiert ja auf der allerkleinsten zellulären Ebene schon. Also dieser Überlebenswille, der da da ist, der ist wirklich dramatisch, und wie macht die Natur das? Indem sie eben Sensoren einbaut, das heißt, wir bewerten pausenlos die Entwicklung in unserer Umwelt, und diese Sensorik, die führt dann dazu, dass wir reagieren, dass wir sogar Vorhersagen machen können, wie Dinge sich entwickeln werden, und das hat insgesamt eben tatsächlich bei den Sauriern dann zu diesen massiven Viechern geführt, aber das ist ja dann an dem Tag, wo es so gehagelt hat, vor 65 Millionen Jahren zu Ende gegangen. Die hatten ja schlechte Zeiten und so weiter, und Sie wissen, wie es dann weitergegangen ist. In der Zwischenzeit, also vor ungefähr 200 Millionen Jahren, kam ja so ein kleines Spitzmäuschen auf die Welt, und aus diesem Spitzmäuschen ist ja alles geworden, was Säugetiertechnisch auf den Planeten so geworden ist, brauchen wir nicht drüber zu reden. Also in dem sogenannten Tertiär ist dann bis vor 2,6 Millionen Jahren war das, es sind alle möglichen Säugetiere auf dem Planeten gewesen, sind wir mal großzügig, wir gehören zur Ordnung der Primaten, unter Ordnung Trockennasenaffen, Familie der Menschenaffen. Also wir sind erst mal Primaten, dann kommen die Trockennasenaffen, das ist wunderbar, also bleiben wir mal bei den Trockennasenaffen. Da muss also vor 7 Millionen Jahren was passiert sein, weil aus diesen Trockennasenaffen irgendwo in Afrika ist irgendwas geworden. Also wir zum Beispiel gehören mit dazu. Eine großartige Geschichte, die aber einen extra Vortrag verdankt, und die auch ich nicht ordentlich erzählen kann, da müssen Sie den Josef Freichold fragen, der mit seinem Rätsel der Menschwerdung einfach hier Standards gesetzt hat, die sind unerreicht, und wenn Sie darüber was hören wollen, dann hören Sie den Reichholzschen Vortrag, weil das ist nicht zu überbieten. Ja, aber was haben wir denn heute? Wenn wir also in dieser Phase zurückgehen, wir haben angefangen, Brokaryonten, Mehrzeller, Eukaryonten und so weiter, und das will ich jetzt hier nicht weiterführen, das waren diejenigen, die den Planeten massiv verändert haben durch das Phänomen des globalen Lebens, in dem eben alle Lebensräume, alle Lebensräume, alle Lebensräume von diesen Lebewesen irgendwie besiedelt worden sind. Und dann kamen wir, vor grob 500.000 Jahren, es gibt zwar von Max Frisch so eine schöne Erzählung, der Mensch erschien im Holozehn, das stimmt aber nicht, der Mensch erschien schon im Pleistocene, viel früher. Das Holozehn ist vor ungefähr, das sind wir grob, 12.000 Jahren gewesen. Da fingen die an mit der Landwirtschaft. Aber Menschen gibt es schon viel, viel früher. Menschen sind aus Afrika losgewandert, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, Mitochondrien-RNA, der kriegt alle diese Fäden wieder zusammen, keine Bange. Und Mitochondrien-RNA, sieben Mutterlinien, wenn wir tatsächlich 500.000 Jahre alt wären, dann erzählen uns die Genforscher, müsste es eigentlich viel mehr Mutterlinien geben, warum nur sieben? Diese sieben Mutterlinien führen in eine Zeit zurück von vor ungefähr 70.000 Jahren. Da ist in Ostafrika offenbar was passiert. Es sind nur noch ein paar übrig geblieben von uns. Vorher müssen es mehr gewesen sein. Also da sind nur noch ein paar übrig geblieben. Warum? Weil in Indonesien ein Supervulkan explodiert ist, Toba. Und Toba hat vor 72.000 Jahren auf unserem Planeten eine solche Abkühlung verursacht, dass fast jeder Homo sapiens und jede Homo sapienserin ins nicht vorhandene Gras gebissen hat. Da sind vielleicht 1.000 Leute übrig geblieben. Und diese 1.000 Leute sind die sieben Mutterlinien, aus denen alles geworden ist an Menschen, was auf unserem Planeten heute lebt. Also alles hat sich über die Kontinente verteilt. Vor ungefähr 12.000 bis 15.000 Jahren ist Amerika besiedelt worden. Von Alaska runter bis nach Südamerika in relativ kurzer Zeit. Also in 1.000 Jahren hatten die den Kontinent durchgearbeitet. Und das ist natürlich schon was Besonderes. Denn das hat die Welt verändert. Das, was wir heute haben, nach dieser massiven Veränderung durch die Eukaryonten, durch alle möglichen Lebensentwicklungen, ist das, was hier jetzt im Mittelpunkt unserer heutigen Debatte steht, ist das sogenannte Anthropozän. Das Erdzeitalter des Menschen. Wir sind eine Spezies auf dem Planeten Erde geworden, der in geologischen Dimensionen gedacht Veränderungen hervorruft. Und zwar nicht nur dadurch, dass wir die Atmosphäre mit sehr viel Treibhausgas belasten, sondern dass wir heutzutage auch fast die gesamte Landfläche, wo immer wir irgendwie Nutzen finden können, benutzen, dass wir die Meere durchfischen, wie wir wollen oder wie wir können, gerade noch eben so. Das heißt, wir verändern den Planeten in der Erde ganz gewaltig. Und zwar wirklich in allen Bereichen. Wir sind das Säugetier, das Lebensleben kann unter Umständen, unter denen kein anderes Säugetier leben kann. Wir können uns in Räume hinein vorarbeiten durch eine ganz neue Form von Evolution, die es uns möglich macht, unter Wasser genauso zu existieren, wie zum Beispiel in der Luft. Wir selber können nicht fliegen, aber wir können Maschinen bauen, die uns fliegen lassen. Wir können nicht besonders schnell laufen, sondern wir können Maschinen bauen, die schneller fahren als irgendein Lebewesen auf dem Planeten und, und, und. Das heißt, es ist etwas Neues passiert. Neben der biologischen Entwicklung ist eine neue kulturelle Entwicklung passiert. Das heißt, mit unserem Erkenntnisapparat von der Hutgröße 60 aufwärts oder rauf oder runter, ist es uns gelungen, ganz wesentliche Erkenntnisse über den Aufbau der Welt so zu verwenden, zu unserem Nutzen. Wir verhalten uns genauso, wie die Prokaryonten und Eukaryonten. Wir sorgen uns um die wichtigsten Dinge in unserem Leben, Nahrung organisieren, das heißt mit anderen Worten Ressourcen organisieren, diese Ressourcen verbrauchen und sie in Treibstoff für den eigenen Organismus zu verwandeln. Wir arbeiten genauso, wie alle Lebewesen auf diesem Planeten. Wir sind eben tatsächlich die Familie der Menschenaffen. Wir gehören zu dieser Familie und wir arbeiten so wie alle Tiere. Wir versuchen tatsächlich, die Ressourcen auf diesem Planeten auszunutzen für unser Dasein, zu unserem Nutzen. Aber mit dem Phänomen des Bewusstseins und des Geistes sind auf einmal aber auch, ja, wie soll man sagen, gedankliche Möglichkeiten aufgetaucht, die sonst kein anderes Tier hat. Nämlich die Frage, soll ich wirklich das tun, was mir die natürlichen Triebe vorgeben oder sollten wir uns domestizieren? Kulturelle Evolution hat sehr stark was mit Domestikation zu tun, dass wir uns eben nicht mehr, sobald wir mit irgendjemandem im Streit liegen, ihm sofort den Schädel einschlagen, sondern wir fangen an zu argumentieren. Nimm doch mal mein Argument und so weiter. Schon allein das Phänomen der Sprache, dass wir einen Kehlkopf haben, der tief genug liegt, so dass wir tatsächlich Laute von uns geben können, die von den anderen verstanden werden können. Nicht immer, aber immer öfter. Das ist schon mal ein ganz wichtiges Zutun zu diesem kulturellen Sprung. Und in den letzten 50 Jahren, muss man sagen, oder vielleicht sind wir ein bisschen gröber, schauen wir uns die letzten 500 Jahre an. Also eine Kultur, nämlich die europäische, hat alle anderen Kontinente auf dem Planeten entdeckt. Keine andere Kultur hat das bis heute getan. Europa ist nie entdeckt worden. Die Chinesen sind mit ihren Riesenschunken rumgefahren, sind aber kurz vor Ostafrika gesagt, komm, hat auch kein Wert, wieder zurück nach Hause und haben diese Expeditionsreisen nie mehr unternommen. Die Indianer aus Südamerika sind nicht losgefahren, nur wir sind losgefahren. Unsere verrückten Jungs, schauen Sie sich die Liste dieser Leute an, unter den Bedingungen, unter denen, die ihre Weltreisen gemacht haben, ihre Entdeckungsreisen, würde man heute keinen dazu kriegen, so etwas zu tun. Wir haben so nicht mehr alle in Tassen. Genau, man muss offenbar leicht neben der Spur gehen, um tatsächlich so ein Ziel zu erreichen. Aber wir haben es erreicht. Wir haben tatsächlich, wir wissen heute was, dass wir alle in einem Boot sitzen. Dieses wunderbare Bild, der Apollo-8-Astronauten vom Dezember 1968 ist ein Symbol dafür geworden, dass wir tatsächlich heute wissen, wir sind hier. Wir sind die Bewohner dieses Planeten und wir sorgen dafür, hoffentlich, dass dieser Planet noch lange Zeit ein so wunderbarer Planet bleibt. Das heißt, zu dieser kulturellen Evolution zählen eben nicht nur all die Triumphe, die unser Erkenntnisapparat hervorgebracht hat, mit Hilfe der empirischen Wissenschaften, die sich entlang einer solchen kosmischen Zeitstrecke vollziehen, sondern es ist noch eine andere Denkrichtung aufgetaucht, nämlich die Denkrichtung, nicht nur die des Prometheus, der voranschreitet in seinem Fortschritt, in seinem technischen, wissenschaftlichen Fortschritt, sondern auch die Denkrichtung des Epimetheus. Das ist derjenige, der zurückschaut, der immer wieder die Frage stellt, sind wir eigentlich da, wo wir hinwollten oder haben wir zwischendurch die Richtung verloren? Das ist derjenige, die Spaßbremse gewissermaßen. Man sagt, müssen wir das eigentlich machen? Sollten wir vielleicht nicht mal den Ball ein bisschen flacher halten, ein bisschen vorsichtiger sein mit den Ressourcen? Man denke an die ersten Bücher, die in den 70er Jahren geschrieben worden sind, Ende des Wachstums, ein Planet wird geplündert und so weiter. Das war der Beginn einer ganz neuen Denkrichtung für Lebewesen, die es bis dahin gewohnt waren, einfach immer nur weiter und weiter und weiter und weiter und weiter zu machen. Wir sind heute in der Lage, mit Hilfe der empirischen Wissenschaften, unsere Lebensunstände auf unserem Planeten für alle Menschen so zu gestalten, dass sie gerecht sind und dass es friedlich bleibt und dass alle genügend haben. Und ich glaube, die ganze Geschichte des Kosmos erzählt uns an dieser Stelle eigentlich nur eins. Meine Güte, wir haben uns eine solche Arbeit mit euch gemacht. Jetzt vermasselt es nicht alles. Baut keinen Scheiß. Dankeschön. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020